Peace Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin, bis Calvin und heute probieren wir mal das Lieblingsessen von unseren Zuschauern. Genau, wir haben euch wieder aufgefordert auf Instagram uns zu schreiben, was euer Lieblingsessen ist. Jeder sollte eine Sache schreiben und das habt ihr auch gemacht. Wir haben jetzt extra Sachen genommen, die wir auch selber jetzt nicht so oft essen. Genau, also es ist ganz interessant geworden. Ihr habt wieder so viele Sachen geschrieben. Ich glaube wir müssen Teil 2 machen, weil wir konnten gar nicht jetzt alles nehmen, sonst wird das eine Stunde lang das Video. Genau, ich würde sagen, wenn das Video 30.000 Likes hat, kommt auf jeden Fall in Teil 2. Genau, also wenn ihr Bock habt, 30.000 Likes, dann kommt ein neuer Teil. Und damit ihr auch drangenommen werden könnt, einfach auf Instagram folgen. Hier Marfit. Und hier Calvin Fitty. Dort könnt ihr dann immer bei den Umfragen teilnehmen, dann verpasst ihr auch nichts. Genau, dann seid ihr auch ein Teil davon. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Produkt. Lady Julia schreibt Sushi. Okay. Oh, Sushi. Magst du Sushi? Du magst Sushi, oder? Ich mag Sushi, du gar nicht, ne? Ja, und ich habe es auch sehr selten gegessen, aber nicht so mein Ding eigentlich. Wir essen das aber mit Sojasauce. Boah, das hasse ich, Sojasauce. Das hasse ich, Digga. Aber mit Sushi ist das so lecker. Reis. Hier ist jetzt mit das Lachs drin, ne? Das Reis. Da ist sogar Avocado, Lachs. Zeigen es mal den Leuten. Genau. Sehr, sehr lecker. Es gibt ja verschiedene Sushi. Es gibt auch nur mit Avocado drin, also muss nicht immer mit Fisch sein. Hier ist jetzt Fisch, Avocado. Und das probieren wir jetzt hier, Sojasauce drin. Oh, bitte bei mir nicht. Doch, muss, muss, muss. Na gut. Muss hinten wir direkt drüber oder rein. Also du meinst, das schmeckt dann besser. Boah. So, direkt eingetunkt. Das ist total flüssig, Alter. Ja, das ist ja flüssige Soße. Krass. Keine Stäbchen, leider, traditionell. Achso, ja, nimmst du mit der Hand. Dann tunkt das hier ein. Das mache ich jetzt. Ich würde so, ey, das ist total witzig, Mann. Also, wenn man nicht so auf Sushi isst, hier so einfach so ein Reiswürfel. Zack. Okay, ready? Go. Er ist ganz. Alles drin braucht. Ich spüre den Lachs. Muss aber sagen, mit Reis geht es jetzt irgendwie gerade. Sehr frisch und lecker. Also ich liebe Sushi. Voll geil. Aber ist echt okay. Auch sehr gesund. Hätte ich nicht gedacht. Aber kann man echt essen. Also ich war echt voll skeptisch. New Lovitz schreibt salziges Popcorn. Okay, Leute. Wir haben es hier schon aufgepoppt. Genau. Damit ihr es nochmal seht, ist salziges Popcorn. Solzig. Und ich würde sagen, machst du lieber süß oder salziges? Süß. Immer süß. Ich glaube so ein bisschen, manchmal sind ja so salzige Popcorn im Kino bei den süßen Popcorn drin. Das geht aber. Ja, die Abwechslung macht es auch. Nur salziges. Könnte ich gar nicht essen. Nee, Mann. Boah. Aber riecht geil gerade. Boah, riecht richtig geil. Okay, salzig. Und ich fände direkt die Süße. Ja. So nix wäre geil. Das trocknen deinen eh aus. So Salz und so trocknen. Da musst du die ganze Zeit trinken. Ja, Mann. Kann man auch Hälfte Hälfte mit dem Kino zum Beispiel nehmen? Das wäre geil. Ich glaube nicht. Aber das wäre es, ey. Boah, salz und so. Komm mal eigentlich drauf. Weißgut, müsste eigentlich gehen. Glaub ich nicht schon, ne? Also geht so. Geht. Für die, die es mögen. Daniel Sasse schreibt, Käsebrötchen mit Nutella und gekochtes Ei schmeckt gut. Schreibt er noch. Okay. Nutella. Also es klingt so, dass es öfter ist. Brötchen, Käse und ein Allmann. Und ein gekochtes Ei. Okay. Alter, als Sandwich so, ne? Ja, das machen wir uns jetzt hier auf ein Brötchen. Also sehr gewagt. Ich habe ja schon oft Nutella mit Käse gehört, aber ein Ei auf der Beine. Also der will es echt wissen. Ganz komisch. Erstmal Nutella. Wer kennt diese Leute? Die mit einem Messer, das benutzt ist. Schön da reingehen, dann sind hier noch die Reste vom Brötchen. Habt ihr gar nicht gesehen. Ach, da hoch, wenn ihr die kennt. Fast schon. Dicke Scheibe Käse. Das geht ja noch, aber das ist auch schon krass. Und jetzt so ein Ei. Scheiße, dieses Eierpellen immer. Vor allem, wenn man dann auch auswählen, so Eierstücke noch abmacht. Ja, deswegen esse ich kein Ei halt. So, jetzt haben wir ein Ei. Zack. Zack. Und das Brötchen jetzt einfach drauf. Brötchen druck. Einfach jetzt das Brötchen drauf. Und probieren wir mal. Mal gucken, was mich jetzt für den Geschmack erwartet. Ich fange mal an. Auf geht's. Also Nutella, Käse und Ei. Man schmeckt alles immer sehr intensiv. Also, es ist okay so. Hättest du gedacht so? Das Ei stört mich. Irgendwie. Wenn ich mehr Nutella, dann ging's. Ja, natürlich auch. Aber, es ist ein... Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Jetzt ehrlich. Du hattest mal ein Cappuccino-Chuck. Na, ich wollte es jetzt nicht essen eigentlich. Ne, würde ich mir jetzt auch privat nicht machen, aber... Es ist so okay so. Interessant. Fernando Kreuz schreit Chips mit Brot. Willst du mich verarschen? Ganz trockener Junge hier. Einfach so Chips mit Brot. Hier Chips oriental haben wir. Hier haben wir Brot. Und machen wir uns mal ein Chipsbrot. Also, du nimmst jetzt ne Hälfte? Chips drauf, noch ne Hälfte. Ja. So. Hau mal drauf. Hau mal drauf. Aber ich hab immer das Gefühl, wir werden jetzt überrascht. Boah, oriental sind meine Lieblings. Aber allein das jetzt so, das... Die ganze Zeit so... So voll... Das macht man einfach nicht. Hau mal rein. In meinen Kopf. Das haut mir einfach nix. Also, man hat dann direkt nur Bock auf den Chips. Aber das Brot ist so unnötig, ne? Es ist zu trocken, man. Ja, so toll. Unnötig. Also, es ist so, wie man sich vorgestellt hat. Trocken. Das geht gar nicht. Also, Leute. Was ist los mit dir? Finde ich nicht cool. So, Edin Kat Haupta schreibt... Chewab-Chichi. So, Leute. So sehen sie aus. Chewab-Chichi. Ey, ich weiß gar nicht mehr, wie die schmecken. Ich hab die 100 Jahre dafür gegessen. Boah, ist ja auch nicht sehr, sehr lange her. Das sind so... Wie so Frikadellen-artige... Frikadellen, ne? Würstchen, sag ich mal. Ist vom Rind. Rindfleisch. Sehr fettig vom Geschmack. Oh, ja. Und sehr, sehr gewürzt. Boah. Ist mir irgendwie zu viel direkt. Bisschen zu viel. Und zu fettig. Ja, irgendwie... Mein spürt direkt jetzt so fettig. Boah, ich könnte davon so zwei essen, dann bin ich schon fast satt. So wegen dem ganzen Fett. Wenn wir so empfindlich drauf sind. Ja, aber ich kann mir vorstellen, viele mögen das. Haben auch viele geschrieben. Chewab-Chichi. Also, viele mögen das auf jeden Fall. Ja. Schön ist ja auch ein Klassiker. Kroketten und irgendwas dabei. Das ist lecker, aber es ist mir zu viel. Ja, mir ist auch zu gewürzig, zu prächtig. Lisa schreibt, Haribo Pico Baller. Bam. Hier, Haribo Pico Baller. Boah, die habe ich früher auch richtig krass gesucht. Ich weiß noch so. Immer als man nach Hause kam, hatte ich so Hunger, habe ich mir eine ganze Packung so reingeballert. Aber jetzt holen wir die gar nicht mehr, ne? Ja. So, nimmst du ein paar hier. Zack, 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 zack. Soll. So, hier. Schön wund. Und einer. Oh, wie geil. Wie diese Baller Baller. Nur mit mehreren Farben. Jetzt weiß ich, warum wir die ja gegessen haben. So geil. Die sind echt geil. Hab die voll vergessen. Die sind so unscheinbar, aber richtig geil. It's Marvin 205. Hast du einen Account? Genau, habe ich hier geschrieben, ne? Da wollte ich auch mal ein Video vollkommen. Du willst auch wieder mehr werden, ne? Nee, Spaß. Auf jeden Fall schreibt er Zimtsterne. Boah, das passt ja weihnachtlich. Boah, du liebst die über alles, ne? Ich habe die früher nur gesuchtet. Du bist ein richtiger Zimttyp, so, ne? Ich liebe Zimtsacken. Hast du lange keiner gegessen, Alter? Oh, ist auch wunderbar. Locker letztes Jahr erst. Ist ja bald wieder Weihnachten hier. Bisschen auf Stimmung kommen, ja. Genau, hier ein Zimtstern. Tom, und zum Wohl. Prost. Boah. Einfach geil. Ist das Lebkuchen oder so? Oder so, Marzipan? Was macht die Zimt? Ich glaube, Lebkuchen. Boah, ja, Mann. Das macht so ein Zimtchen aus. Nebkuchen mit Zimt so immer. Mit Zimt, diese Glasur noch. Sehr lecker. Boah. Aber ich mag Spekulatius noch mehr. Echt? Ja, ich bin ein richtiger Spekulatius-Tiep. Die gibt es ja auch in Hellen. Magst du die Hellen lieber oder die Braunen? Nee, diese Braun. Würdest du die Klassiker? Genau, Braun Spekulatius. Boah, das ist geil, das ist geil. Wenn du noch einen Kaffee trunken oder so, dann essen. Richtig lecker. Kef Nio, Bueno Whites. Wow. Die habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Kannst du mich verraschen? Ich weiß gar nicht. Aber die Pfeil Bueno sind krass. Jetzt mal den Whites. Ja, Mann. Sind schon heftig, ne? Alter. Das ist ja krass. Boah. Boah, unnormal lecker. Boah, die cremen auch noch. Viel geiler als die Braunen. Antono schreibt, Knoppersriegel. Ey, die habe ich noch nie gegessen. Die habe ich, glaube ich, auch noch nie gegessen. Ich habe die nur gesehen, aber die habe ich nicht ganz sicher. Weil Knoppers hat mich immer schon gelangweilt. Und das habe ich dann auch nicht gegessiert. Okay. Gucken wir, der schmeckt. Knoppers als Riegel. So, probieren wir mal hier. Krass, habe ich den nicht gegessen, ey. Kennst du den schon? Boah, der sieht echt krass aus. Ist das genau wie Knoppers? Vielleicht noch Karamell oder so. Anders wie Knoppers. Ey, das ist echt karamellisch. Komplett anders. Naja, auch dieses schmeckt so wie Lein mit Knoppers-Gemisch. Ja. Da fehlt der mir jetzt nicht so. Da taugt mir jetzt nicht so. Hat irgendwie Knoppers zu tun, da ist ja diese Waffel auch weg. Aber ich finde den jetzt nicht so geil, auf jeden Fall. Ja, aber ist okay. Ist auch nicht so mein Ding. Knoppers war eh nie so mein Ding. Ne, meins auch nicht. Adam schreibt, Grießpudding. Boah. Ey. Oh, ich liebe Grießpudding. Aber ist richtig geil. Sehr, sehr geil. Viele mögen das ja gar nicht. Doch, kenne ich noch, Alter. Das gab es doch mal mit so einer Marmeladen. Ja, ja, genau. Boah, ist der geiler. Der ist halt so leicht, so körnig. Ich finde, ich mag, wie der schmeckt, Digga. Ist der Vanille-Geschmack noch, oder? Äh, traditionell steht da. Und? Ist der pur, Alter? Ja, pur. Ich mag den noch mit irgendwas dabei. So, wie du gesagt hast, eben Kirsch oder Marmelade. Ja, aber so ist auch schon lecker. War übelst lecker, Mann. Dann auch gekühlt. Also den feier ich auch mit dir. So, Kevinoffiziell7 schreibt Mozzarella-Sticks. Ey, die habe ich noch nie gegessen, Leute. Und das Lustige ist, das Sticks sind ja eigentlich so wie ein Stift, ne? Aber die sind als Ofen ein bisschen auseinandergebrochen. Auf jeden Fall, man sieht hier richtig Mozzarella, wenigstens richtig geil. Und schöne Panade drum. Ja. Und ich bin echt gespannt, ich kenne die gar nicht. Kennst du die? Kenne die? Habe ich auch noch nie gegessen. Boah. Geil, Alter. Ohne Witz. Mh. Mh. Bisschen knusprig und dann noch die Mozzarella. Wer Käse liebt, liebt das bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Also geil. Wir haben nur geile Sachen, fast. Und ich kannte vieles gar nicht. Als Meisterback, ja, ich auch. Wir haben ja auch extra Sachen genommen, die wir nicht so kennen. Nice, Leute. Wie gesagt, für den Teil 2, ihr gebt 30.000 Likes. Ihr habt noch so viele Sachen geschrieben. Genau. Auch bei den Sachen, die ihr nicht mögt, da gibt es auch noch viele Sachen. Da kommt auch noch ein Teil auf jeden Fall. Ihr könnt uns gerne folgen auf Instagram. Bam. Mach fit. Und hier Calvin Pitti. Folgt da auf beiden Channels. Danke, seid ihr immer auf dem Herzenstand. Yes. Checkt noch gerne unseren Shop ab, wenn ihr möchtet. Geile Hoodies. Gerade jetzt im Winter. Schnappt euch ein Hoodie, Mann. Erster Link in der Beschreibung. Und dann kommt ihr zu unserem Shop. Yes. Und noch schöne Grüße an Musa. Bam. Du wirst die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auf uns gegrüßt werden wollt, müsst ihr uns einfach nur abonnieren. Direkt daneben auf das Glöckchen klicken. Dann auf aktivieren. Und ihr kriegt immer eine neue Nachricht und ein neues Video auf. Geiler Service. Yes. Dann schreibt in die Kommentare. Hashtag Glocke aktiv. Und wir sehen, ob die Glocke aktiviert. Ein bisschen Glück. Hört mich hier wieder an. Und grüßt euch. Also sonst würde ich sagen. Bis morgen. Peace.